Hey Leute, willkommen zu einem Video hier auf diesem ausgestorbenen Kanal, den ich aber jetzt wieder beleben werde. Ich weiß zwar überhaupt noch nicht wie, aber ich werde es tun. Heute werde ich euch was zeigen, wie immer, wenn ihr diese Szene hier seht. Das ist natürlich klar, ihr habt alle auch den Titel gelesen. Aber bevor ich euch das zeige, was es eigentlich geht, möchte ich euch noch zeigen, was ich noch an Anime gekauft habe. Also ich werde euch heute natürlich ein Anime-Unboxing zeigen, aber ich habe noch andere Anime gekauft. Und die zeige ich euch einfach hier, um zu flexen. Nee, einfach nur so aus Spaß. Und zwar habe ich einmal ein Pokémon-Film gekauft, noch einen Pokémon-Film gekauft, noch einen Pokémon-Film gekauft und noch einen Pokémon-Film gekauft. Ja, ich habe den neuen Pokémon-Film auf Netflix geguckt und war dann voll in Pokémon wieder drin. Und da ja die vierte Gen, also Diamantum Perl, meine Lieblings-Gen ist, dachte ich mir, okay, du musst endlich dir die vier Lieblings-Filme holen. Und in den neuen Netflix-Filmen kam mir ja Lucia auch vor. Und Lucia fass Charakter in Pokémon, deswegen musste ich die auch holen. Und ich will die Pokémon-Filme vorstellig haben. Also fehlt mir jetzt noch der dritte Film und die Rubin und Sophia-Filme, die fehlen mir auch noch. Aber davon kann ich nur zwei kaufen in Blu-ray. Die anderen beiden sind irgendwie verschollen. Aber egal, das war nicht alles, was ich gekauft habe. Ich habe natürlich noch, das gab es für mich gekauft, Vol. 1, Vol. 2 und Vol. 3. Bam, bam, war am Angebot, deswegen habe ich es gekauft. Und der Manga ist cool, den habe ich nämlich. Und den Anime habe ich auch gesehen, damals aber noch auf Japanisch. Und deswegen würde es sich jetzt mal gegönnt, dass wir auf Deutsche gucken. Damit war es das mit den Sachen, die ich nebenbei noch gekauft habe. Und kommen wir nun zu dem Hauptthema, was es hier eigentlich geht. Und zwar geht es heute um ein Unboxing von der Zero No Tsukaima Staffel 2. Box. Oder der deutsche, englische Name, The Family of Zero 2. Weil 2 war die zweite Staffel. Mam. Night of Twin Moons. So als die zweite Staffel, habe ich nie in meinem Leben gewusst. Aber gut, das jetzt mal wenigstens zu wissen. So, schaffe ich mir ein bisschen Platz. Also der Rest kommt weg. Hier ist die Box. Ich habe schon ein Unboxing zu der ersten Staffel gemacht. Falls ihr das nicht gesehen habt, werde ich hier nochmal was wiederholen. Und zwar ist Zero No Tsukaima. Ich werde es immer Zero No Tsukaima nennen. Das ist schon mal, damit ihr schon mal wisst, ja. Mit diesen Namen bin ich nicht groß geworden. Für mich ist einfach Zero No Tsukaima. Also, für alle, die es nicht wissen, Zero No Tsukaima ist einer meiner absoluten Pfaff-Animes all time. Das war nach der Pukitu-Zeit einer der allerersten Anime, die ich geguckt habe. Das war auch das allererste Mal, dass ich ein Anime mit Subtitles geguckt habe. Mensch, die Zeit damals. Und ich weiß noch ganz genau, es gab diesen Anime nicht mit deutschem Sub. Also musste ich auf Englisch, was ich damals überhaupt nicht gut konnte. Und aber Gott sei Dank gab es noch spanischen Sub. Und das konnte ich. Und deswegen war spanischer Sub meine Rettung. So könnte ich diesen Anime gucken damals. Natürlich habe ich es nachher dann ein bisschen nachgeholt nochmal mit englischem Sub. Und jetzt hole ich es nach mit deutschem Dub. So ist die Welt. Also, mein absoluter Pfaff-Anime, einer meiner Pfaff-Animes. Gibt es noch was zu sagen? Nö, ich glaube nicht. So, wie kann ich jetzt also euch die Box präsentieren. Hier ist die Innenseite mit dem Namen. Hier steht nochmal der Name. Seite genauso. Unten ist nichts ohne auf der Rückseite. Oder Vorderseite, wie man es sehen möchte, ist ein Antrieb zu sehen. Mit den ganzen Protagonisten, die in dieser Staffel vermehrt vorkommen. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ich habe schon mal versucht, ein Unboxing, also ich habe schon mal ein Unboxing-Video von der Box hier gemacht. Aber das ist leider echt sehr scheiße geworden. Deswegen ist hier auch schon die ganze Folie weg. Und ich glaube, in Volume 2 fehlt die CD. Nur damit ihr schon mal wisst. Aber jetzt kommt wieder ein viel besseres Video. Weil das hier ist besser. Ich hoffe doch, es ist besser. So, holen wir also die ganzen CDs raus. Die Boxen hier. Fangen wir an mit Volume 1. Das ist natürlich klar. Volume 1. Eine Seite mit Luise und ihren Geschwistern. Und hier ist nur Luise mit dem Buch. Alles klar. Und machen wir es auf. Hier ist noch ein kleines Extra-Buch mit dabei. Also ein paar Extra-Seiten. Die kennst du ja. Hier ist erstmal die CD. Hier drinnen ist Bales Tudor und Henriette de Tristian. Hat man Henriette nicht schon in der ersten Staffel in dem Buch gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, warum der Typ mit dabei ist. Also warum er hier drinnen steht. Ich glaube, der kommt mit einer Folge vor. Höchstens zwei. Ich glaube aber nur eine. Also ist nicht so relevant. Ist er auch nicht. Henriette ist 14. Warte mal, die sind 14? Oh Mann, das macht sie alles noch verrückter, als sie eigentlich schon ist. So, Luise, ihre Schwester. Mit einem viel zu langen Namen. Werde ich nicht vorlesen. Die ist acht Jahre älter. Als Luise. Also ist sie. Wie alt ist Luise. Bist du noch 14? Ich muss das rechnen. Warte, warte, ich bin rausgekommen. Das ist die 20. 22. Und Saito fällt voll auf sie ab. Wow. Okay. Ui, ich bin an die Kamera gekommen. Sorry, sorry, sorry. Hier ist die andere Schwester von Luise. Die ist sogar elf Jahre älter. Gut, auf den eh keiner crush. Glaube ich zumindest. So, und hier sind die Eltern von Luise. Fürstin und Fürst La Valere. Das kann ich noch aussprechen. Also das ist ein kurzer Name, den kann ich vorlesen. Und hier sind noch zwei artworks. Die böse Schwester und die gute Schwester. Das war's mit diesem Volume. Gehen wir weiter zum nächsten. Das ist eine Volume 2. Ja, hier ist einmal Siesta und Luise. Eben der Schulform. Uniform. Schuluniform, so sagt man das. Ja, und hier mit ihrer Schwester. Und ich hab recht, die CD ist noch. Also ich hätte die CD auch rausholen können, aber die ist gerade in meiner Playstation. Und ich will jetzt deswegen die Playstation anmachen. Nur um die CD rauszuholen. Stellt euch einfach vor, ihr werdet jetzt die CD. So, hier sind auch Poster mit dabei. Ich hoffe, ich kriege die Poster auf die Kamera. Aber ganz, ich bin mir mal nicht sicher. Falls ich es nicht schaffe, I'm so sorry. So, ich muss mal gucken. Ich sehe nichts. Hier so, wo ist die Kamera? Ja, aber... Also hier haben wir hier in Riette, Siesta, Kirche und Tabitha? Ich hab vergessen, wie die Plore geheißt. I'm so sorry. Ja, das ist das erste Poster. Tabitha? Tabitha? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Ich hab's doch erst letztens geguckt. Aber ich glaub, ihr Name ist noch nicht so ganz in Erwähnung gekommen. Ich glaub, die wird sowieso in der dritten Staffel relevant. So richtig relevant. Oder zumindest wird sie... Vielleicht wird sie schon Teil des Harems. Ich hab keine Ahnung. Ich muss irgendwie das zweite Poster auf... Also irgendwie bin ich schlechteren Poster aufzufalten. Zumindest bei diesem Poster hier. Das hier ist Agnes, glaub ich. Das ist eine Schwester von... Ist das die Schwester von Lise? Ja, oder? Wer soll sonst die Blondarige sein? Das hier ist Momo... Cool, Momo, Momo... Ich weiß nicht, irgendwas mit Momo. Die Blorige wieder. Und Kirche. Und hier sind zwei Spanner. Also ein Spanner. Der Typ. Ich hab vielleicht jetzt, wie der heißt. Er hat auch so einen komischen Namen. Wahrscheinlich auch so was Französisches. Und mit Französisch kennt ihr überhaupt nix ab. Ist auf jeden Fall der Boyfriend oder Lama von Tabitha. Blondhaarigen Gelaun. Und hier ist... Ein Dude, der noch nicht vorgekommen ist bis jetzt. Also doch schon. Aber nicht jetzt in dem Video. Ich hab seinen Namen vergessen. Julio. Julio. Wie auch immer. Und hier unten ist nochmal gut zu sehen. Sieben Nutsukai ist einfach von 2007. Die zweite Staffel kam 2007. Ich kann es einfach nicht fassen, wie lange es gedauert hat, dass dieser Anime in die knapp Deutschland gekommen ist. Einfach mehr als zehn Jahre. Musste einfach mehr als zehn Jahre darauf warten, dass mein Lieblingsanime in Deutschland erscheint. So, es geht weiter mit dem Buch. Mal gucken, was hier drin ist. Gut, ich weiß es schon. Hier ist einfach Michelle. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich weiß schon, wer sie ist. Aber ich hab, bis ich das hier geöffnet hab, nicht gewusst, dass die überhaupt einen Namen hat. Für mich war das einfach nur der Schatten von der Blondhaarigen. Ja, wirklich. Ich hab nicht gewusst, dass die so eine große Rolle spielt. Naja. Und hier haben wir Agnes. Falls es so ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hab auch nie mitbekommen, dass man die im Anime namentlich erwähnt hat. Oder ich hab's einfach überlesen und überhört damals. Mit dem, als ich das in Sub geschaut hab. Habe ich jetzt ihren Namen gehört, wo ich es geguckt hab? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hab nie davor gewusst, dass sie so heißt. Endlich weiß ich es. Hier ist Julio. 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 Wie immer ihr möchtet. Ne, wahrscheinlich Julio. Julio ist auch gut. Richtig Spanisch. Dann haben wir hier Jessica und Garen. Die beiden Besitzer von der Barkneipe. Was auch immer. Man könnte es auch anders nennen. Ein Ort für Cosplayer. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Das ist ein verrückter Ort. Die sind auf jeden Fall ein paar lustige Dudes. Nur zu empfehlen. So, hier nochmal ein. Luise und ihre Geschwister. Okay. Warum ist Henrietta und Siesta mit auf den AdWords mit dabei? Ich finde Siesta ein bisschen nervig. Aber gut, okay. Muss immer eine nervige Rolle geben. Hier ist es halt Siesta. Aber ja. Oh, hier muss ich hin. So, kommen wir zum dritten Volume. Zum letzten. Hier ist die CD drin. Und ah, ich hab euch vergessen zu zeigen. Hier ist Luise. Und hier ist Luise mit Henrietta. Das kommt im Anime vor. Sie hat nämlich die Schuluniform von Luise an. Und Luise hat ein sexy Outfit an. Was halt sein muss. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier hat nämlich Luise diese Blume in der Hand. Ich will jetzt nicht spoilern oder sowas. Aber ich hab nicht gewusst, dass das mit der Blume in der zweiten Staffel drinne vorkommt. Bis ich dieses Artwork gesehen hab. Weil ich all die Jahre lang nie wusste, in welcher Staffel was passiert. Weil ich die Staffeln und die Folgen immer, damals als Kind, durcheinander geschaut habe. Und deswegen nie wusste, was wann vorkommt. Und ich war so schockiert, als ich gesagt habe, dass die diese Blume in der Hand hätten. In der Flasche halt. Und ich dachte mir, WTF was? Diese Szene kommt in der zweiten Staffel vor. Ich war geschockt. Ich dachte, es wäre dritte Staffel oder so. Nee, es war einfach zweite Staffel. Weil ich habe mein ganzes Leben lang immer falsch geguckt. Ich hab immer gedacht, das wäre die letzte Folge, wo das vorkommt, die letzte Folge der dritten Staffel. Aber ich war einfach falsch. Ich hab einfach den Anime falsch geguckt. Ihr müsst verstehen, ich war damals noch, was war ich damals, elf. Ich hab die Welt des Internets erkannt und der Anime. Was weiß ich. Ich hab einfach irgendeine Folge geguckt, die ich gefunden hab. Und ja, klar, ich hab nachher halt das halt nachgeholt. Aber auch nicht so richtig. Ich hab halt langweilige Folgen ausgelassen. Deswegen war das bei mir sowieso alles so durcheinander. Aber naja, immerhin weiß ich es jetzt. Zwölf Jahre später oder so. Auch sehr gut. So, hier sind auch noch mal Poster mit dabei. So, wieder ein Poster von den Girls Luise. Die sich mit Siesta um ein Zeitdruckkissen streitet. Hier ist Henriette, die einfach, äh, wie heißt man das? Einfach hinterhältig. Siesta das Kissen in den Nacken hauen möchte. Und hier ist einfach Luise, ihre Schwester. Aber ihr Gesprächspartner wurde einfach abgeschnitten. Das ist einfach weg. Weil hier sieht man noch so die Hand. Einfach weg. Ist einfach, einfach nicht relevant gewesen dafür. Tja, so ist es nun mal. War bestimmt auch nur die andere Schwester. Deswegen war es auch nicht so wichtig. So, hier kommt das letzte Poster. Hier ist nämlich endlich auch mal Saito mit drauf. Luise, Saito und die Schwestern. Die irgendwie Hauptthema der ganzen Staffel sind. Obwohl die gerade mal, obwohl nein, die kommen danach noch weiter vor. Ich habe ja schon geguckt. Ein bisschen. Stimmt, ja. Ich wollte gerade sagen, die kommen gerade mal drei Folgen vor. Aber nee, die kommen mal noch mehr drin vor. Deswegen nehme ich es zurück. Ist das doch relevant. Ist das ein anderer Art Ziel als die anderen Poster? Sieht so aus, wa? Mal kurz nachgucken. Das interessiert mich. Ja, vielleicht kann das. Muss aber auch nicht. Nee, ist nicht. Ist dasselbe. Sagt gerade nur so anders aus. So, kommen wir zu dem Buch. Hier haben wir einmal, oh, die Bösewichte. Werden hier auch vorgestellt. So heißt das genau. Hier haben wir einmal Sheffield. Wie ist Sheffield? Keine Ahnung. Ich habe nie gewusst, wie die heißt. Sie hat auch Runen. Nur hat er auf der Stirn. Seid wieder die Rune auf der linken rechten Hand. Einmal war ich, glaube, linke. Weil Mihaama Menuvil spielt also eine große Rolle. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. Und hier haben wir, er ist kein Bösewicht. Der hat nochmal so zur Info. Den John Colbert. Hier sieht man ihn noch 20 Jahre jünger. Obwohl, ich glaube, das gar keine Rolle spielt. Weil hat man den? Gut. Ich soll es vielleicht nicht so sagen. Ich habe ein paar Folgen ausgelassen. Oder es gibt Teile, die nicht interessant waren. Deswegen, vielleicht habt ihr die doch gesehen. I don't know. Ich glaube immer nicht. Ja. Ich habe auch nie gewusst, wie der Dude heißt bisher zu diesem Buch. Colbert, 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 was auch immer. Ich glaube, das haben sie erwähnt. Ja, ja, doch. Ich nehme es zurück. Sie haben den Namen doch erwähnt. Und hier kommen wir zum... Nein, ich habe eine Seite übersprungen. Uh. The Family of Cosplay, Luise Seite und Siesta. Alle in ihren Cosplays. Luise als Katze. Kann das jemand in der Staffel vor? Ich habe keine Ahnung. Aber das kann man in der Staffel vor. Nämlich Siesta in Matrosenschuluniform. So hat das Saito genannt. Matrosenschuluniform, genau. Äh, Siesta als Hase. Und natürlich Saito als Hund. Denn er wird von Luise auch immer nur so beschimpft als Hund. Und das ist mir eigentlich aufgefallen. Bis jetzt zu dieser Staffel. Er sagt immer, bitte nicht. Geht weit, ist keine Lösung. Mir ist nie aufgefallen, dass er das im Japanischen auch so gesagt hat. Aber er hat eigentlich nicht so gesagt. Man hat es im Deutschen einfach nur so übersetzt, weil es klingt besser. Und dann kommen wir zum Artwork. Alle Girls in einem Cosplay. Dass sie sowas anhat, das passt irgendwie nicht. Einfach gut. Wen hätten die sonst nehmen sollen? Naja. Das war es mit World of 3. Somit war es das auch mit diesem Video. Ich packe erstmal alles zusammen, Leute. So, alles wieder drinne. Meine Box ist halt ein bisschen kaputt. Wie hier und hier. Und hier ist auch irgendwie so krug. Deswegen gucke ich, dass ich das immer halbwegs ordentlich reinbekomme. Dass das nicht noch mehr kaputt. Der geht. Äh, ja. Okay, ich muss es jetzt so lassen. Das wird nicht besser. Ja, das war es mit dem Unboxing von Silvio Nutsukaima. Staffel 2 mit dem Namen Knights of the Twin Moons. Natürlich könnt ihr euch denken, Staffel 3 und 4 werden dann auch noch hier unboxed. Nur Staffel 3 kommt nächstes Jahr. Oder man kann es ja zum Vorbestellen irgendwie. So war das. Und es kommt dann nächstes Jahr. Und Staffel 4 kann ich wohl noch ein bisschen warten. Aber ihr könnt euch vorstellen, die kommen dann auch hier. Und vielleicht schaffe ich es jetzt auch endlich mal weiter Videos zu produzieren. Dann bleibt mir noch übrig zu sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.